Willkommen zurück, Leute! Es geht weiter mit Let's Play Together Minecraft, mit Yisuanji und Let's Play TV Germany. Und ich muss hier weiter die Mine bauen. Ich hab noch nichts gefunden, hier ist hauptsächlich die Burrage, deshalb werde ich ein bisschen weiter nach unten gehaben. Ich weiß, falls ihr euch fragt, warum meine Mine so verkrüppelt aussieht, die soll so. Alles beabsichtigt. Das muss so sein. Das muss so sein. Das muss so sein. Hat jemand noch ein paar Fackeln übrig oder so? Ich hab noch Fackeln, aber die meisten davon werde ich selber brauchen. Ich geb euch vom Fackeln für oben. Super. Kotz mal raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Komm. Danke. Denn es ist ziemlich dunkel. Yo, ich hab aber noch ein bisschen Holz hier liegen. Ich hab Angst in der Dunkelheit. Ich hab Angst in der Helligkeit. Sie bin ich meiner. Oh, kurzer Lag. Oh, es lag, Trübel. Und meine Spitzhacke ist down. Ich muss mir eine Schaufel craften. Eine Schaufel kann ich dir geben wie die Prophezei. Warte mal, ich mach mir einfach Sticks. Ich baue uns mal ein Schlafzimmer. Ja, nur für uns. Schwul. Nein. Aber ich mag Mütze. Wie ging nochmal eine Schaufel? Äh, zwei Sticks. Ich schreie es übereinander und dann das Material aus dem du die Schaufel haben willst drüber. Ich bin nix. Ich werde in eine andere Richtung buddeln. Dann mach ich mir mal eine Steinschaufel. Also Leute, wenn ihr Tipps habt, wie man optimal meinen kann, ihr seid bestimmt bessere Minecrafter als wir. Äh, dann sagt es uns. Weil ich hab immer... Oh, lag. Ich hab immer Probleme damit zu wissen, was jetzt gerade abgeht. Wo ich lang meinen sollte. Ich finde irgendwie per random... Äh, Sachen. Und ich werde gleich wahrscheinlich... Wenn der Yisu mich beschützen kann, dann werde ich gleich mal, äh... Über die... Hau mich zu schlagen! Sorry. ...über die Oberfläche wandeln. Und ich werde vorgefertigte Höhlen suchen, weil man da meistens mehr Materialien findet. Oh, ich hab Kohle. Ja, kurz mal ein Fakling voll, bitte. Ich brauch ein paar Fakling. Ah, geht doch aus dem Weg. Ich will doch abbauen hier. Ich will auch was tun. Ich hab denen nichts zu tun. Du musst uns beschützen. Ich brauch Fakling. Wir sind in unserem Haus, da kommt nichts rein. Fang an eine Mauer zu bauen oder so, da hilft's. Außerdem seh ich nicht wirklich aus wie ein Bodyguard. Ich will Fakling. Du bist nicht aus wie ein Bodyguard. Ja, warte. Hör auf mich zu schlagen! Ja, fucky. Mach lieber nichts anstatt mich zu schlagen. Das war ich gerade. Ich will Fakling. Du Lamer. Ich muss erstmal die Kohle hier zu Ende basteln. Was mach ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier rausgegangen. Oh, ein Skeleton. Gib mir mein Schwert. Oh, ich bin mein Schwertknappe. Ich habe 18 Fakling Kohle gefunden. Oh, der bringt mich um. Ich muss hier weg. Was? Ist der irre der Kerl? Ich habe auch Kohle gefunden. Warte, ich gehe abbuddeln. Ich gebe dir eben die Fakling. Warte, ich bin schon am abbuddeln. Es ist schon zu spät. Wie macht meine Kiste? Eine Kiste machst du, indem du die kompletten äußeren Felder, abgesehen von der Mitte, mit Holz zubaust. Ah, okay. Zuerst machst du mal bitte einen Ofen. Zack, zack, zack. So, sehr schön. I have created an Ofen. A Furnace. Mit dem können wir, für die, die es nicht wissen, sämtliche Materialien weiterverarbeiten, die man weiterverarbeiten kann. Smoky, wollen wir aus Cobblestone normalen Stone machen, oder? Ja, mach das bitte. Ich brauche nämlich ein paar normale Steine. Geht zum Ausfüllen wieder. Gut. Dann werde ich jetzt einfach mal den Rest von meinem Holz verbrennen. Weil wenn Smoky ein guter Holzer ist, dann holzt der auch alles ab, was holzen muss. Es soll Tag werden. Wir müssen die Betten fertig kriegen. Das ist wichtig. Ja. Smoky, kotze mich eh mit der Kohle zu. Ich kann dir in der Zeit ein paar Fackeln geben. Warte mal. Hinter dir. Meine Kohle hab ich gefunden. Ja, ich muss Fackeln bauen. Gib her, ich kann dir auch Fackeln geben. Ich hab grad Fackeln gemacht. Ich hab grad Fackeln gemacht. Ich hab grad 64er Stack Fackeln. Brauche ich nicht mehr, danke. Okay. Moment kurz. Hau mal Cabblestone bitte in den Ofen. Äh, Yisu? Was machst du mit unserem Schlafzimmer? Aua! Geh mal weg da, ich baue hier noch einen Gang. Ja nein, das wird kein Gang, das wird ein ganzer Raum. Ist mir egal, ich mache jetzt hier einen Gang. Ich mache jetzt nur grad die Eingrenzung dafür. Halte mich nicht auf, wenn ich einen Gang bauen will. Don't make me destroy you. Der Raum geht aber bis da nach hinten, gell? Hier. Verdammt. Wieso brauchen wir so ein riesen Schlafzimmer? Weil wir drei Betten da reinmachen müssen. Stimmt. Etwas zu groß gerechtet. Hat er recht. Etwas zu groß gebet. Wollen wir es erstmal mit Cabblestone zu? Ah. Jawoll. Wieso klappt das weg? Heberkohle, das ist viel fester. Was? Das ist alles weg. Ah, die ganze Wand da weg. Au. Jetzt bin ich fast down. Die ganze Wand da wegklappen. Jetzt muss ich mich irgendwie heilen. Ach man. In dem Fall gehen wir gleich nach draußen und gehen ein paar Schweine jagen. Das kannst du dann machen, Yisu. Du es dann für die Nahrungssuche zu trennen. Ich bin der Überlebenskämpfer. Ja. Ich bin so männlich. Mit deiner sexy String, Badehuge. Mit deinem sexy Brusthahn. Mit deinem sexy 8-Bit-Arsch. Scheiß sexy Yisu. Verdammt, ich hab mich verlaufen. In meiner eigenen Höhle. So. In meinem eigenen Dojo. Die Sonne geht auf. Die Schafe hüpfen rum. Dann geht Yisu. Warte mal, hier schießt doch schon wieder irgendwas auf mich. Boah, der Verdammte. Boah, der Wichser ist immer noch da. Jetzt guckst du auf die Uhr? Der hat auf mich gewartet, der Verdammte Penner. Toi, Yisu hast du auf die Uhr geguckt? Ähm, nope. Voll. Gut, dann müssen wir... Bin grad ein bisschen mit Überlebens beschäftigt. Yisu, wir brauchen... Ich guck mal einfach mal Yisu an dich. Geht an dich raus, geht an dich raus. Geht an dich raus. Yisu, du musst die Pfeile mit deinem Leib abfangen. Ja, hab ich. Ich hab noch eineinhalb Sterne. Scheiße. Herzen. Äh, Herzen. Natürlich. Falsches Spiel. Warte. Hehehe. Smoky, ich kotze dich eben mit Cleanstones. So, jetzt ist aber ganz die Sonne aufgegangen. Dann sollte das Skelett eigentlich auch mal abhauen. Ja. Kotz, 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 kotz. Der ist noch da, der Penner. Gut, dann geh nach draußen. Wir brauchen Schaf und du brauchen Schweinefleisch. Schweinefleisch. Jaaar. Das ist so männlich. Creeper verdammt nochmal. Creeper? Oh, scheiße. Ich bin dafür, dass Yisu, äh, ab... Besorg dir ein Holzschwert und kloppt damit die Viecher platten. Lass den Rest hier drin in der Kiste. Oh, nein. Oh, der will was von mir. Oh mein Gott, Creeper. Oh mein Gott, Creeper. Ich muss zugucken, wie er stirbt. Der will was von mir. Der will was von dir. Ich muss zugucken, wie Yisu stirbt. Verdammtes Viecher. Verdammt. Egal. Ich hab dein Zeug. Yisu tot? Äh, wohl. Ich bug grad ein bisschen rum und so. Ja, ne. Die Map muss laden. Äh. Ich bin gleich nochmal tot. Aber wir spawnen da, wo man den Spawn festgelegt hat, ne? Ach ja, da ist er. Oh, Yisu, du bist irgendwo ganz dicht im Boot. Mach mal ein bisschen re-log. Ja. Ist wohl besser so. Ja. Logging in. Da bist du. So, da sind wir wieder. Meine ganzen Materialien und mein wertvolles Rohstoffgedöns ist weg. Da, ich schmeiß es dir grad hin. Vielen Dank. Sehr rücksichtsvoll. Ich weiß, aber den Cobblestone behalte ich. Penner. Los! Ich hab keine Zeit mit dir zu reden. Töte, töte Tiere. Das ist es, worum es in diesem Spiel geht. Wieso bin ich noch wieder halb tot? Sag mal, bin ich jetzt dumm? Soll ich die Frage ehrlich beantworten, oder? Das war eine rhetorische Frage. Von keinerlei Bedeutung. Hier liegt ne Feder rum. Den nehm ich mit. Hier ist ein Pilz. Ja, nimm den Pilz auf jeden Fall mit. Aus Pilzen kann man Pilzsuppe machen. Super. Hab ich den jetzt eingesammelt? Ja. Hier ist noch ein Pilz. Oh, dann ist das gut. Weil Pilze sind eigentlich ziemlich selten. Die findet man nur in Höhlen oder ganz selten unter Bäumen. Ja, hier sind sie unter Bäumen. Was man alles weiß, wie man das Minecraft-Wiki ein bisschen liest. Halbfotografisches Gerechnungsverbot. Angeber. Hier ist die Pinsel, die sieht scheiße aus. Wir haben keine Zeit für diese Mickey Mouse Bullshit. Ich brauche Brennmaterial. Hallo, ich brauche Brennmaterial. Ich komme ja nicht auf den Dienstag. Das ist mein Bereich hier. Diese Seite. Ja, meins. Hier sind Schweine. Oh, da sind sogar zwei Schweine. Oh, da sind ganz viele Schweine. Das ist eine Erde. Rektophilie. Boah, ja. Ich habe ein Steak. Hab ich gerade Pferde gehört? Herde. Also. Es gibt keine Pferde in Minecraft. Doch, gibt es. Creechermod. Creechermod am Arsch. Nee, bist du. Ich habe drei Schweine geschlafen. Ich habe ihn aber nicht. Ach, dir das vierte Volk. Ja, pack mal. Hast du einen von mir weg? Bleib hier, du Schwein. Danke. Auf diesen Pferden kann man dann reiten später. Ich habe ein seltsames Material gefunden. Gib mal. Sehr seltsames Material. Gibt es hier Lehm oder sowas? Ja. Ja, abbauen, abbauen. Ganz wichtig. Die Schaufel ist dafür bestimmt geeignet. Spinne! 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 Spiders sind am Tag nicht aggressiv. Nein, gar nicht. Nein, sind die nicht. Ich Leute. Ja, das war dem Smokey sein Telefon. Hieße, wo bist du? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Schwanne gefunden und bin ihnen hinterher gelaufen. Schleichsprich Spawn. Nein, ich denke ich kenne den Weg noch. Ich bin immer so am Strand entlang gelaufen. Ich habe ein Schaf gefunden. Ich könnte noch ein bisschen Holz hacken. Aha! Bin ich gerade dabei am Holz hacken. Smoky, ich habe drei Wolle. Bau mir ein Bett. Und wieso, wenn du gleich mitkommst, können wir ein paar Höhlen erkunden. Nach Bruchstoffen suchen. Oh ja. Hier hast du drei Wolle. Aber ich glaube, dein Part ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ja, das glaube ich auch. Dann sehen wir uns gleich wieder oder hören uns wieder bei... Smoky. Smoky. Bis gleich.